Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissler sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Und ich töpfe heute keine, keinen Aschenbecher. Der Matthias. Der ist sich jetzt angewöhnt, Videos nur noch hochkann zu gucken. Und ich bin der René. Arne, hast du eigentlich diesen Nachrichtensound vorbereitet? Nein. Warum nicht? Wir haben noch eine top aktuelle Folge heute. Stimmt, ja, die Folge soll ja, ich habe sie schon vorbereitet im WordPress. Also Vorwarnung, wenn es jetzt mit Jahreszahl irgendwas mit 23 endet, dann ist das hier irrelevant für euch. Ihr könnt wieder ausschalten. Wahrscheinlich. Weil alles, was wir jetzt besprechen, ist eh falsch und hat nichts mit der Realität zu tun. Sowieso nicht. Was ist denn im Moment planbar? Also ich finde es ja ganz total toll, dass wir immer noch dieses Live-Action-Roleplay-Event namens Pandemic Real World MTV Edition mitmachen. Aber das ändert nichts daran, dass man sich daran zurückkommt. Habt ihr irgendwo schon diese Klötze gesehen? Nee. Ich nicht. Betonköpfe habe ich gesehen, aber das ist was anderes. Wahrscheinlich sind die nur in Essen. Ah. Essen mal fahren. Man hat jetzt ja Zeit im Oktober, ne? Ja. Oh, was für eine Überleitung. Aber das wäre eins der Themen, über die wir heute sprechen wollen. Zum einen, die Nominierten zum Spiel des Jahres. Eigentlich wollten wir gestern, oder der Arne hätte gestern gerne schon darüber gesprochen. Zum Glück haben wir gewartet, denn heute kam auch noch eine Neuigkeit, über die wir noch mehr sprechen können. Denn zum einen, gestern wurde die Spielemesse in Essen abgesagt für dieses Jahr. Und heute wurde ... Verschoben. Verschoben. Verschoben, Entschuldigung. Nicht, dass wir jetzt noch rechtliche Probleme bekommen. Verschoben. Und heute wurde angekündigt, es wird eine Online-Variante geben. Mit einem Puzzletail, was nicht passt. Und heute wurde auch angekündigt, dass die GenCon gecancelt wird und es dafür eine GenCon Online geben wird. Mensch. Ja, dann lass uns doch mal mit den Messen und Online-Themen anfangen, wo wir nachher in die Spiel des Jahres Diskussion einsteigen. Ja. Also, kurz mal vorweg. Ich bin am Sonntag fremdpodcasten gewesen. Ich war mal wieder zu Gast beim Miepelcast. Und da haben wir uns dieser Diskussion nochmal angenommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge online geht, aber es ist natürlich komplett alles hinfällig, was wir am Sonntag noch besprochen haben. Weil natürlich jetzt, also da haben wir noch so gesagt, ich war sicher, Leute, das wird abgesagt, das wird nicht stattfinden, was auch immer. Es ist jetzt natürlich schon, also wenn es natürlich keine zwölf Stunden später tatsächlich soweit ist, dass dann die Meldung kommt. Leute, dieses Jahr braucht ihr nicht nach Essen zu fahren, weil es wird verschoben. Dann fühlt sich das schon mal merkwürdig an. Aber du als Aussteller, du wusstest aber auch nicht vorher was davon, oder? Oder wie hast du denn jetzt davon erfahren? Also wir reden jetzt mit Matthias nicht dem Podcaster, sondern Matthias dem Aussteller. Also es ist natürlich so, dass Dominik ist natürlich eine total liebe Frau, mit der ich auch schon ansonsten auch öfter gerne mal telefoniere. Und ich weiß, sie hat viele Verlage angerufen und ein bisschen so angeklopft. Und sie hat natürlich auch bei mir mal so angefragt, was meine Meinung dazu ist. Einfach mal völlig unverfänglich. Und ich habe ihr gesagt, ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass es nicht stattfindet. Und das Rechtliche, das muss sie halt klären. Und sie hat es ja auch schon an verschiedener Stelle so durchblicken lassen. Es kann ja auch gar nicht funktionieren, weil Brettspielen ist eine sehr, sehr soziale Tätigkeit, wo die Leute aufeinander hocken, zu viert an einem Tisch. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Essen wart, das ist ja schon eng. Und selbst wenn du sagst, du nimmst die ganzen Gänge weg, die Leute an den Ständen, das ist ja auch eng. Da sitzen die Tische, die Tische sind ja kleiner als der Ratskellertisch, den sich der Jürgen zu Hause hingestellt hat. Oder vergleichbare Spieletische, die andere zu Hause haben, außer vielleicht der Tisch bei, selbst der alte, also der neue Tisch bei Arne in der Küche ist größer. Der alte Tisch hätte noch mithalten können. Es ist halt einfach so, die Leute sitzen eng beieinander. Und wenn du sagst, okay, wir müssen 1,50 Meter Abstand zueinander halten, plus die Erklärer und dieses und jenes und sonstiges und die jenemaßnahmen und dieses und jenes, dann bist du in einer Situation, und das hatte mir irgendjemand vorgerechnet, dass wenn du jetzt, nehmen wir mal nur als Beispiel Halle 3, wenn da nur die Leute drin sind, die ein Ausstellerticket haben, ist die Halle voll und da darf keiner mehr rein. Und das kann halt nicht funktionieren. René, erinnerst du dich noch an das eine Jahr, wo wir in der Galerie festgesteckt haben, wo es einfach nicht mehr vorwärts ging? Es ging nicht mehr vorwärts, wir sind nicht mehr vorwärts, dann sind wir außen ums Gemäse. Und das ist Arne und mir passiert. Also wir kommen zu zweit eigentlich überall durch. Ihr überrollt einfach alles. Genau, also. Ja, wir haben eigentlich genug Druck. Ja, da ging tatsächlich nichts. Wahrscheinlich hätten wir ein paar kleine Kinder wegdrücken können, aber das wäre auch alles gewesen. Es weiß natürlich ja auch niemand, wie sich die Situation jetzt irgendwie bis Oktober verhält. Also im Moment ist es ja noch so, Großveranstaltungen sind bis Ende August verboten. Deutschlandweit bis Ende August, in Berlin sogar bis Anfang Oktober. Da weiß ich gar nicht, was halt als Großveranstaltung gilt. Das ist ja auch noch, weiß ich gar nicht. Alles über tausend Teilnehmer. Ich habe heute gehört, die IFA wird übrigens auch, wird stattfinden heute, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, als Fachbesuchermesse. Ja, okay, das kann funktionieren. Also so ein Nürnberg-Szenario wahrscheinlich. Also in Nürnberg schafft man es, die Hygienevorschriften einzuhalten. Ja, das ist tatsächlich so wenig. Deswegen gab es jetzt ja auch die Diskussion, ob man aus der Spiel nicht eine Messe wie in Nürnberg macht, also eine Fachbesuchermesse. Aber das ist nicht das, was die Leute buchen. Das nützt auch vor allem den vielen, 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 vielen kleinen Verlagen überhaupt nichts. Und ich meine, selbst dann, also mit den meisten kann ich auch so skypen oder ähnlichen Kram machen. Und wenn die Autoren uns einem was vorstellen wollen, sind das dann an der Stelle auch schon wieder Fachbesucher. Das wirft ganz viele Fragen auf und das ist auch nicht das, was der Aussteller bucht an der Stelle. Und es nützt ja, ich meine, klar, theoretisch ist es derzeit erlaubt, dass Ende Oktober stattfindet. Aber wir wissen alle, im Herbst wird die Sache wieder schwieriger mit dem Virus. Und wenn sie die erst irgendwie im September absagt, ist die Problematik viel, viel größer. Gefühlt ist das ja alles vorbei. So gefühlt ist ja Corona jetzt so in der Gesellschaft irgendwie. Ja, Deutschland. Ja, so gefühlt ist es vorbei. Aber Kerstins Schwester, die Anja, die arbeitet ja mittlerweile im Krankenhaus, hat dort auch mit Intensivstationen Kontakt. Und ihr meinten, die ganzen Corona-Patienten, die tatsächlich Corona haben, die sterben gerade alle weg. Aber gefühlt findet das ja nicht mehr statt. Ja, das ist halt momentan nicht so in den Medien. Aber Fakt ist einfach mal, wir haben gerade mal eine, also wenn man sich das aufgrund der Flatten des Curves anguckt, dann haben wir ja, müssen wir theoretisch noch davon ausgehen, dass wir mindestens bis nächstes Jahr Sommer brauchen. Also bevor wir auch nur halbwegs an der Zahl sind, wo wir sagen, okay, jetzt ist die Durchseuchung ausreichend, dass wir auch einfach mal noch mehr lockern können. Und Deutschland ist ja wirklich in einer positiven Lage. Man muss nicht, man kann nach Schweden gucken, man kann nach Italien gucken, man kann nach Spanien gucken, man kann nach Frankreich gucken, nach England. Überall anders ist es schlimmer. Und zwar wirklich ausreichend schlimmer, dass, was ist denn Essen als, in Anführungszeichen, international, in Anführungszeichen, Veranstaltung, wenn einfach mal alle anderen Länder nicht kommen können. Wenn dann nur Deutsche kommen können. Und das ist ja, das funktioniert ja auch nicht. Und, also ich meine, versuch mal zu fliegen. Ich habe einen Bericht gesehen von einer Dame, die ist nach Hongkong geflogen. Die ist, nachdem sie aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, war sie erst mal zwölf Stunden am Flughafen in Quarantäne. Habe ich bei Twitter eingesehen. Die sitzen in so einer Turnhalle, alle irgendwie mit Abstand. Ja, mit fünf Meter Abstand. Jetzt muss ich acht Stunden auf meinen Corona-Test warten, ich habe gerade Zeit zu twittern. Ja, ganz genau. Und dann denkst du dir so, ach du Scheiße. Und dann das Ganze noch mit Gepäck und ich weiß nicht was alles und so, das funktioniert einfach vorn und hinten nicht. Das ist nicht dieselbe Messe. Und ich, also in meinen Augen ist diese Entscheidung die absolut richtige. Und die Entscheidung ist, Achtung, nochmal wiederholt, es wird nicht abgesagt. Es wird nur auf nächstes Jahr Oktober verschoben. Effektiv ist sie abgesagt für dieses Jahr. Für mich als Besucher. Nächstes Jahr hätte sie auch stattgefunden. Also ich darf das auch so sehen. Die Frage ist jetzt natürlich... Nee, nächstes Jahr, die ist abgesagt. Aha, nächstes Jahr ist abgesagt. Okay. Ja, es kommt aufs Gleiche bei raus. Es kommt für dich aufs Gleiche bei raus, rechtlich ist es ein Riesenunterschied. Ja. Was, die Frage ist jetzt natürlich, was bedeutet das für diese ganze Branche? Ich habe ja immer gesagt so, es war jetzt ja die letzten Jahre immer so, ah, Essen hat wieder Besucherzuwachs. Essen hat wieder Besucherzuwachs. Jetzt haben wir 200.000 Leute. Da habe ich ja immer gesagt, was passiert eigentlich, wenn die Messe in Essen mal keinen Besucherrekord bekannt geben kann? Wird wahrscheinlich dieses Jahr passieren und nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Was bedeutet das für die Branche? Das ist jetzt ja viel spannender, oder? Wird das Auswirkungen haben? Ich meine, wer den letzten Branchenfunk gehört hat mit Matthias und dem Christian von Amigo, wo Verlage wohl anscheinend Releases auch schieben, aufs nächste Jahr. Ja, aber zum Teil schieben sie die, weil sie halt keinen Druck haben, die da haben zu müssen. Ich glaube tatsächlich, für die Branche ist das eine Möglichkeit, sich zu erholen. Es gibt genug Spiele. Ich höre von Leuten, die, weil sie zu Hause sitzen, angefangen haben, ihren Shelf of Opportunity zu verkleinern, weil sie einfach ohne Ende coole Sachen spielen können. Und das ist einfach so, dass die Möglichkeiten, dann an den Spielen etwas mehr zu arbeiten, halt entsprechend größer sind. Und die Autoren sind gerade kreativ wie nie. Das heißt, es kommen neue Ideen auch rein. Aber da verdienen ja die Verlager nichts. Ja, nee, aber als Verlag denkt man eh immer ein paar Jährchen in Zukunft. Also das ist jetzt nicht so. Hat das für dich jetzt Auswirkungen? Bisher nicht. Also ich meine, naja, du verkaufst aber in Essen auch Spiele. Ganz ehrlich, das ist so unerwähnenswert. Das reicht, um die Kosten für den Stand zu ... Okay. Also ich verkaufe tatsächlich gefühlt sehr wenig Spiele in Essen. Weil der Essengänger ist nicht deine Zielgruppe oder du erreichst deine Zielgruppe auch über andere Wege? Ich erreiche meine Zielgruppe vor allem über andere Wege. Und tatsächlich ist es so, in Essen, das ist ja auch ein Gamble. Weißt du, es nützt einem nichts, wenn man irgendwie auf den Hotness-Listen ganz, ganz oben ist. Und dann halt trotzdem keiner am Stand ist, weil die sagen, ich geh erst mal zu dem Stand, weil ich Angst habe, dass ich da nichts mehr abkriege. Und bei mir kriegen sie es auch noch am Sonntag. Und das ist dann einfach ... Das ist auch nicht schlimm. Aber ich sag mal so, das ist ja auch nicht das, was Pflicht ist. Wenn sie meine Spiele haben wollen, dann können sie die auch sich zuschicken lassen. Ja, da verdienst sie aber weniger. Naja, du hast natürlich auch Kosten in Essen. Ja, okay, das nimmt sich wahrscheinlich. Also der Kosten für den Stand und das ganze Marketing drumherum, das ist, wie gesagt, das wiegt sich auf. Es ist gefühlt ein Nullsummengeschäft. Was wegfällt, ist der Marketingaspekt. Aber ich sag mal so, da muss man halt mal wieder kreativ werden. Naja, das wird jetzt ja wahrscheinlich alles ausbeidowert jetzt. Ich gehe davon aus, dass dann Ende Oktober irgendwelche Twitch-Events laufen werden, so wie es jetzt ja letztes Jahr auch schon stattgefunden hat. Das ist ja jetzt die Frage. Jetzt ist ja ein Online-Event geplant, noch ohne große Details was zu planen. Aber glaubt ihr, dass es ausreicht, 20 Twitch-Streams irgendwie auf die Beine zu stellen, um dann die Spiele zu präsentieren? Oder muss da nicht mal was kreativer gemacht werden? Ich sag mal so, wir haben, der Sven hatte erzählt, dass Portal Games hatte letztes Wochenende so eine PortalCon auf Polnisch und wird demnächst eine auf Englisch haben. Da kann man dann mal sehen, wie die das machen, was sie machen. Du kannst spannende Panels anbieten, du kannst irgendwelche Live-Q&As anbieten, du kannst irgendwelche Live-Demo-Runden anbieten. Du kannst das kombinieren zum Beispiel aber auch mit Tabletopia und Tabletop-Simulator. Du kannst sagen, hier Leute, linkt euch ein, wir packen noch einen Erklärer mit in den Raum, der erklärt euch das Spiel. Der könnte es dann spielen und wenn es euch gefallen hat, cool, hier habt ihr gleich einen Link zum Bestellen. Und da ist tatsächlich eine Menge mehr möglich. Und Essen hat ja den Vorteil, sie können ja sehen, was alle anderen auch noch machen. Weil PortalCon, dann haben wir die RenegadeCon, gerade eben hatten wir die SimonCon. Dann Origins macht eine Online-Veranstaltung. Die GenCon, die jetzt ja auch abgesagt ist, sagt, dann machen wir GenCon online. Und die Spiel kann dann, wenn sie dann im Oktober läuft, online, kann auch dann nochmal zeigen, wie sie sich das vorstellen. Nein, ich glaube, da ist einfach eine Menge drin. Und da werden eine Menge Leute mehr Ideen haben, als ich sie jetzt habe oder als wir sie alle zusammen haben. Und was sich dann umsetzen lässt, wird man sehen. Naja, das ist auch eher mehr so der Wunsch halt zu sagen, wir machen einfach nur Twitch-Streams oder Sonstiges, weil kommt ja auch die Frage von wann bis wann, um wie viel Uhr sich das immer stattfindet. Aber wenn du ja nicht Urlaub nimmst und dir das ganze Leute irgendwie vormittags, guckt ja auch keiner separat dafür. Naja, das hat ja letztes Jahr schon stattgefunden. Ja, aber da war es neben dem Schauplatz. Heute, dieses Mal wird es ja, wenn sowas ist, der Hauptschauplatz sein. Und wenn du da bist, guckst du die Streams nicht. Und wenn du halt nicht da bist, so wie letztes Jahr, sagst du, ich habe gerade mal ein paar Minuten Zeit, ich klicke da einfach mal rein und gucke mal, was da gerade läuft. Und wenn es mich interessiert, bleibe ich da, ansonsten mache ich es weg. Jetzt findet aber alles nur noch online statt. Und die Leute, die vielleicht auch sonst auf der Messe werden und sich Urlaub genommen haben, werden für einen Twitch-Stream keinen Urlaub in sich nehmen. Nee, das ist richtig. Manche Leute werden auch einfach trotzdem Urlaub haben, weil wofür sollen sie den Urlaub sonst nehmen? Verreisen ist auch schwierig. Das ist richtig. Aber ich werde zum Beispiel dann keine zwei Tage Urlaub nehmen. Die werde ich mir lieber im Sommer jetzt dranhängen, um was anderes zu machen. Bei schönem Wetter vielleicht. Ach, Oktober war doch immer schönes Wetter. Immer nicht. Ah, ich weiß nicht, wie oft ich in Essen geschwitzt habe. Weil du auch dauernd nur durch die Hallen rennst. Natürlich schwitzt du. Ich bin da mal gespannt, wie machen wir die Amerikaner haben das ja auch alles noch vor sich. Und nur Videostreams, weiß ich nicht, ob das das Allheilmittel ist. Wie gesagt, Streams ist ein Element. Du kannst halt auch Live-Teaching über Tabletopia machen. Und zwar für jeden Einzelnen, weißt du? Dann können dann auch Tausende von Leuten mehr oder weniger das auch kennenlernen. Und selber spielen. Klar. Da hoffe ich drauf, dass sich halt was tut. Und nicht einfach nur irgendwelche Videos raushauen. So, Sonja, wir haben jetzt wieder dich gegen die Wand geredet. Das war gar nicht unser Bedürfnis. Du hast bestimmt auch was zu dem Thema zu sagen. Ja, alles gut. Ich bin selber noch ganz unentschlossen. Und kann es mir auch noch nicht wirklich vorstellen. Ich lasse das auch einfach auf mich zukommen. Wer hätte das gedacht, als wir in Nürnberg durch die Asiatenhalle gegangen sind. Da haben wir noch gelacht. Also, Teile von uns beiden. Ja. Ja, es ist eine spannende Entwicklung. Und bleibt abzuwarten, was da am Ende bei rumkommt. Ja, und halt welchen Effekt das halt hat. Oder auch nicht. Oder auf den Kosmos oder sowas. Also, Kosmos ist ja dann schon wieder eine andere Zielgruppe von Spielern, die da angesprochen wird. Also, das ist wahrscheinlich wirklich so eine Marketing-Sache, oder? Ja. Die da Probleme ist. Ach, ich hätte eine Frage der Woche. Was haltet ihr dann davon? Von dem uns jetzt die Ohren weggeflogen sind. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist nochmal der Jan. Mir ist gerade eine Frage der Woche eingefallen. Und da dachte ich mir, die will ich euch direkt stellen. Und die passt super zu eurer letzten Folge der Diskussion über das Spiel des Jahres. Und zwar habe ich mich gefragt, wäre es nicht heute vielleicht sinnvoll, das Spiel des Jahres auf Familienspiel des Jahres umzubenennen, um Verwechslung über das beste Spiel des Jahres vorzubeugen. Was meint ihr? Spiel des Jahres oder mittlerweile eigentlich Familienspiel des Jahres? Viele Grüße. Ciao. Soll ich zuerst? Ja, mach mal zuerst. Nein. Ach so. Gut. Verwirrung wahrscheinlich, ne? Nein, weil ... Also erstens, das Spiel des Jahres ist eine Marke. Und als solche ist sie etabliert. Und zwar schon seit 40 Jahren. Wenn du das jetzt umbenennst und sagst, das ist Familienspiel des Jahres, dann sagen die Leute, ja, ich will aber nicht Familienspiel des Jahres, ich will das richtige Spiel des Jahres. Außerdem, wir sind ja keine Familie, weil ich bin geschieden, alleine mit den zwei Kindern, etc. Also, weißt du, da gibt's dann auch wieder die Diskussion so, was gilt als Familie, was nicht. Bin ich noch eine Familie, wenn meine Kinder schon 13 sind, oder müssen sie dafür sechs Jahre alt sein? Da gibt's so viele Probleme, die mit dieser Kommunikation anfangen. Von da aus gesehen, ich seh da keinen Vorteil drin. Dem würde ich mich komplett anschließen. Ich seh auch keinen Vorteil, aber ich seh jetzt nicht dieses Problem mit, bin ich eine Familie, bin ich keine Familie? Was ist ein Kenner? Also, bin ich Kenner, bin ich kein Kenner? Ich kennenspiel, jetzt bin ich Kenner. Aber ich sehe schon, dass es keinen Mehrwert bringt, jetzt eine bestehende Marke einfach den Namen zu ändern. Das ist, aus Reiter wird jetzt Twix, sonst ändert sich nix. Hat auch nicht geklappt. Aber ich fände Familienspiel auch tatsächlich problematisch. Also, die Diskussion hatten wir ja zum Beispiel bei Codenames. Codenames ist wirklich ein Familienspiel, weil man es eher mit größeren Gruppen spielt oder so. Also, ich finde, Spiel des Jahres ist deutlich passender als Familienspiel, weil es halt keine gültige Definition für Familienspiel gibt. Keine gültige Definition? Da können wir nachher nochmal drüber reden. Ja, wahrscheinlich ist dieser Preis aber auch so erfolgreich. Also, ich gehe davon aus, dass wir uns einig sind, dass der Preis eine erfolgreiche Marke ist, weil sie halt so prägnant simpel ist. Es ist das Spiel des Jahres. Und für 90%, 95% der Kundschaft wahrscheinlich in den Läden ist das auch genau das richtige Spiel wahrscheinlich. Es ist immer ein bisschen schwierig. Also, wenn man jetzt diese ganze Diskussion wieder verfolgt hat, so von wegen, Spiel des Jahres, warum ist das und das und das nicht? Wir sind nicht die Zielgruppe. Wir sind alle nicht die Zielgruppe dafür. Also, vielleicht ich, aber das ist was anderes. Aber wir sind alles Hardcore-Spieler, alle, die sich jetzt diesen Podcast wahrscheinlich anhören. Deswegen ist das vielleicht einfach diese einfache Prägnanz für den Massenmarkt sehr gut gewählt damals gewesen. Ja, wobei ich auch glaube, wenn sie es damals so genannt hätten, wäre es heute gar keine Diskussion, dann wäre es halt das Familienspiel des Jahres. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, wenn du es jetzt ändern möchtest, kriegst du es halt nicht hin, weil dann einfach auf einmal ein anderer Name für eine bestehende Marke genommen wird. Das wird, glaube ich, das Hauptthema sein. Wenn sie es damals Familienspiel des Jahres genannt hätten, dann wäre es heute das Familienspiel des Jahres. Ich glaube, das hat nichts mit der einfach oder simpeln Namen zu tun. Das ist einfach so. Also, nee, nicht umbenennen. Nein. 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 Und es ist ja nicht das beste Spiel des Jahres. Es ist das in den Augen der Jury das beste Spiel, um das Kulturgut-Spiel voranzubringen. Sagen wir es so, ja. Ja, dann sollen wir direkt einbiegen in die Nominierten. Ja. René fängt beim Kinderspiel an, würde ich sagen. Nur, weil ich eins der Spiele kenne. Spannender Funfact, ich habe drei der Kinderspiele von der Nominierungs- und Empfehlungsliste zu Hause. Zwei allerdings aufgrund der fehlenden Zielgruppe noch nicht gespielt. Sind da Schafe da drauf oder sowas? Hast du das? Nee, wir sind die Roboter vom NSV. Die schicken ja auch immer ihre Kinderspiele mit. Und das Zombie Kids Evolution wollte ich gerne mal ausprobieren. Aber da fehlt mir noch die richtige Kindergruppe für. Genau. Wollen wir vielleicht mal die ganze Liste irgendwie mal ausbreiten? Genau. Oder wie machen wir das jetzt? Lassen wir uns einmal die drei Nominierten nennen. Das ist einmal das Fotofisch. Fotofisch, ne? Heißt das? Fisch nicht finnisch. Ja, ich entschuldige mich für den Fehler im Video. Es tut mir leid. Ich bin noch eingerostet. Ja, anscheinend. Dann Speedy Roll und wir sind die Roboter. Und wie gesagt, ich kann tatsächlich, was wir gespielt haben, auch schon mehrmals, zu Fotofisch eine Meinung sagen. Hat mich jetzt überrascht, zum einen, dass es da auf der Liste auftaucht. Weil ich dachte, es wäre dort schon deutlich älter. Aber anscheinend ist es letztes Jahr doch in Essen erst rausgekommen. Also wir haben es letztes Jahr in Essen auch in der Messe gekauft. Aus dem Grund, weil unsere Kleine, die hatte unheimliche Probleme mit Sachen so zuzuordnen oder beziehungsweise die Lage von bestimmten Gegenständen auf so verschiedenen Bildern zu identifizieren. Und da dachte man, oh, das ist so ein tolles Spiel, weil du hast so ein Aquarium, da sind Fische drauf in vier verschiedenen Farben und du hast eine Kamera und musst dann quasi von den Fischen musst du ein Foto machen. Deswegen Fotofisch. Und da sind dann immer, weiß ich nicht, ist ein blauer und ein roter Fisch. Die musst du halt dann mit deiner Kamera suchen. Das Spielfeld ist variabel, wird jetzt mal neu zusammen. Und wer es als erstes gefunden hat, kriegt dann quasi einen Punkt. Und deshalb hatten wir uns gekauft, weil wir gesagt haben, okay, wir trainieren das jetzt mal mit ihr. Und was auch ganz gut geklappt hat. Das Schöne bei dem Spiel finde ich tatsächlich, du hast unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Du kannst es also mit ganz kleinen Kindern machen, aber auch ein bisschen mit größeren Kindern, indem die einfach die Schwierigkeitsgrad hochgedreht kriegen. Du hast einmal eine kleine Kamera, mit der es einfacher ist, die nur zwei Fische zum Beispiel aufs Bild zu kriegen. Und die anderen haben eine große Kamera, wo du halt mehr jonglieren musst oder die auch drehen musst, horizontal oder vertikal, weil es nur ein Rechteck ist und kein Quadrat. Das finde ich tatsächlich ganz gut dabei. Für Erwachsene ist es immer noch kein Problem. Also wir müssen uns, wenn wir gegen unsere kleine Spiele da schon arg zurücknehmen, dass wir nicht dauernd gewinnen. Aber so für Kinder, unter Kindern, klappt das dann noch ganz gut. Warum hast du das denn nicht auf deiner Liste? Und wir packen da vor ein paar Wochen. Weil ich nicht wusste, dass es so aktuell ist. Ich dachte, es wäre halt schon alt. Wir können ja mal die kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob wir die Anekdote erzählen werden. Wir haben ein Zoom-Meeting gemacht im Beeple-Netzwerk und haben uns dort die Rudelbildung gemacht und haben uns die nominierten Bekanntgabe angeschaut. Und als die Kinderspiele irgendwie durchliefen, diese Longlist, da tauchten sehr viele Fragezeichen über die Köpfe der Leute auf, hatte ich das Gefühl. Also ja, diese Liste. Ich weiß nicht, ob wir nicht tief genug drinstecken in diesem Kinderspielthema, was ich glaube im Moment. Ja, definitiv. Weil ich sehe es ja, auch wenn wir jetzt hier mit unseren Kindern spielen, Arne, es ist ja trotzdem immer ein Erwachsenerbeider. Und es ist ja selten so, dass wir eine große Kindergruppe haben. Ja, das ist ja, das ist eine Frage, die wir auch gestern geführt haben oder eine Diskussion. Sind Kinderspiele, Spiele, die die Kinder alleine spielen oder die mit Erwachsenen? Das sind so zwei Lager, die sich da anscheinend auch herauskristallisiert haben, gestern in der Diskussion. Aber wir haben die Nominierten noch gar nicht weiter vorgestellt. Doch, genannt hatten wir sie schon. Mehr sagen kann ich nicht so. Ja, aber das ist halt die Frage, ob die Kinder die Spiele alleine spielen sollen oder mit Hilfe von Erwachsenen. Das ist ja auch so, also genauso wie, genauso wie diese anthrazitfarbene Liste und genauso wie diese rote Liste für Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres ist diese blaue Liste auch sehr nebulös, könnte man sagen, so diese Kategorie. Was ist ein Kinderspiel? Naja, gut, aber natürlich spielen jetzt wir mit unseren Kindern viel, aber wenn ich zum Beispiel sehe, was ist im Kindergarten, da kriegen die die Spiele von den Erziehern mal erklärt, gezeigt, was sie machen müssen oder bringen sie sich gegenseitig bei, je nachdem, wie gut die das können und dann spielen die Kinder das allein im Kindergarten. Das sind 20 Kinder, da kann ja jedes Mal ein Erzieher mitspielen, so viel haben die gar nicht. Da nehmen sich die Kinder die Spiele selbst aus dem Regal und ich glaube, das ist schon das, wo die Spiele zumindest den Schwerpunkt drauflegen sollten. Das nicht ausschließlich, weil ich weiß nicht, wie so ein Zombie-Kids wird wahrscheinlich in keinem Kindergarten auftauchen. Tai der Wikinger ist, glaube ich, da wurde auch diskutiert, Tai der Wikinger ist halt auch ein Spiel, was wahrscheinlich für Kinder alleine schwierig ist. der Preisträger vom letzten Jahr. Ich denke ja nicht, dass es das Alleinstellungsmerkmal ist, aber das ist auch ein großer Teil, denke ich mal. Das Fotofisch könnte jetzt meine kleine, die ist jetzt 4,5, die könnte das dann schon alleine spielen jetzt. Ja, wir spielen Halligalli Junior. Falls es jemand kennt. Ist der Matthias noch da, oder ist der irgendwie Matthias? Lange nicht gehört. Hallo? Das ist kein gutes Zeichen, weil Matthias lange nicht gehört. Das stimmt. Er spielt seine Kategorie. Demnächst ist er eingeschlafen. Extra Frosted Games oder sowas. Oh, genau. Gucken wir, ob ich ihn nochmal neu reinkriege. Frosted Kids. Er ist auch nicht mehr irgendwie hier im Call. Also, ich versuche gerade mal nebenbei irgendwie nochmal zu werken. aber alle anderen hat man das noch nicht genannt, oder? Ich weiß nicht, ob die Empfehlungsliste einfach nur den Namen sind. Aber mich würde mal interessieren, Sonja, was hat dich dazu gereizt, Zombie-Kids ausprobieren zu wollen? Einfach, weil es ein Legacy-Spiel ist. Ich mag Legacy-Spiele. Aber du magst keine Zombies, oder? Ja, aber es ist ein Legacy-Spiel. Also, wir haben ja durchaus schon öfter mal mit den Kindern unserer Freunde gespielt und da dachte ich, das könnte ganz gut passen. Okay. Hattest du das gespielt, René? Nee. Aber hast du auch Lust, das zu spielen? Jetzt kommen Zombies vor, ja, doofe Frage, aber... Grundsätzlich ja. Aber... Kinder haben gerade keine Zeit. Da ist momentan... Aktuell kämpfe ich gegen Lego Friends. Lego Friends sind doch diese furchtbaren Figuren, oder? Ja. Diese Püppchen. Genau. So riesen Wasserköpfe haben die. So ein Streichholzkörper. Ja. Wir kämpfen gerade gegen Wasserpistolen, aber... Das ist auch schön. Aber was ich von der Empfehlungsliste tatsächlich gespielt habe, ist das Slide Quest von Blue Orange Games. Mhm. Ist das nicht auch da, wo man diesen Spielplan runterdrücken muss, oder wie war das? Genau, man hat so eine Plastikeinlage, die in den Karton kommt, mit Haken an allen vier Seiten und jeder bekommt einen, wenn man mit zu viel spielt und kann seinen halt immer hoch und runter drücken. Und dann versucht man so eine Ritterfigur, die eine kleine Kugel am Ende hat, halt durch hoch, also dieses Hochkantstellen des Kartons einen Weg lang zu befördern. Dann stehen dann auch irgendwelche Gegner oder irgendwelche Gegenstände im Weg rum und man muss halt immer versuchen, auf dem vorgegebenen Weg zu bleiben. Und das ist eigentlich ganz witzig. Also eine Mischung aus Luniquest und Coolerhexe. Ich kenne Coolerhexen jetzt nicht, aber ja, ein bisschen habe ich mich an Luniquest erinnert gefühlt. Bei Coolerhexen hast du so eine Figur und da hast du so Schaumstoffdinger unter dem Spielplan, kannst du auch so runterdrücken, dann rollt die Coolerhexe über den Spielplan. Das hat mich jetzt ein bisschen an, dieses, das sieht auch so ein bisschen aus, kennt ihr diese Labyrinthspiele von früher? Genau. Diesem Holzdinger. Ja, so ist es auch. Ja. Also da sind auch in diesem Plastik immer Löcher, je nach Level, Größe, kleinere, mehr oder weniger. Da fällt der natürlich durch, dann muss man wieder von vorne anfangen und man muss halt, also wie gesagt, zum einen versuchen, auf dem vorgegebenen Weg zu bleiben, dabei nicht in die Löcher zu fallen und gegebenenfalls noch irgendwelche Gegner vorher in die Löcher zu befördern, ohne selbst reinzufallen. Also das macht schon Spaß. Sind 20, also insgesamt 20 Blätter, die man spielen kann, sind jeweils 5 pro Level, also 4 Level. Ja, aber also für mich jetzt als Erwachsener fand ich, nachdem man es einmal geschafft hat, das Level 20, da war es halt durchgespielt. Aber wie schwierig ist es denn? Jetzt könnte ich es mal wieder rausholen. Wie schwierig fandest du das? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Kindern sehr schnell frustrig wird, oder? Oder wie gut muss man als Team zusammenarbeiten? Man muss schon als Team, also es kommt auch an, wie gesagt, wenn man zu viert spielt, dann hat halt jeder eine Seite. Man kann es auch zu zweit spielen, dann bekommt halt jeder zwei. Man soll sogar alleine spielen können, das habe ich aber nie ausprobiert. Man muss sich schon gut abstimmen und gut überlegen. Also es ist ja wirklich schon, man muss ja dann irgendwie so nochmal ein kleines Stück nach oben, darf nicht zu weit, sonst fliegt da wieder irgendwo ein Loch. Also es ist, einfach würde ich es nicht nennen. Muss sich schon ein bisschen darauf einstellen. für Kinder schwierig vorstellen. Ja, das ist wahrscheinlich, naja, so auf der Grenze wahrscheinlich nicht zum Spiel des Jahres. Dafür ist es dann wahrscheinlich nicht, innovativ will ich jetzt nicht sagen, aber wobei ich sehe gerade, was mich viel mehr irritiert ist, da steht als Alter 7 plus drauf. Das ist so hart an der Grenze wahrscheinlich. Ja, also der Verlag hat das glaube ich auch nicht als Kinderspiel rausgebracht, sondern als Familienspiel. Den Matthias kriege ich gerade nicht ans Rohr übrigens. Ich schicke ihm nochmal eine SMS, vielleicht hat er ja Internetprobleme. Guck mal bei Google nach, ob Berlin noch da ist. Atombombe. Dann machen wir erstmal weiter. Wir machen erstmal weiter. Ja, Kinderspiel. Habt ihr da einen Favoriten? Da wir diese Spiele nicht kennen, wird es schwierig, ne? Fotofisch ist mein, von den dreien ist das mein Favorit. Nur weil du es kennst. Ja, genau. Wir sind die Roboter, kenne ich auch, aber... Ja. Dann scrollen wir auf der Liste mal nach oben. Nach oben. Ich mache hier mal eine Kapitelmärkchen. So. Wo hast du denn aufgehört beim Scrollen? Beim Kennerspiel. Beim Kennerspiel, da haben wir ja sechs. Also bei der Kinderliste war ja eins, zwei, neun, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele drauf. Bei Kindern ja nur sechs. Die Nominierten sind der Kartograf, die Crew und Kings Dilemma. Das, finde ich, ist eine sehr starke Liste, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, wobei ich die Crew halt noch auf einer anderen Liste gesehen hätte. Ja, da sind wir wieder bei der Diskussion. Ich hatte sie, glaube ich, auch auf der anderen Liste gesehen und ich glaube, den Kartografen sogar auch. Aber da sind wir uns doch einig, dass das alles drei sehr gute Spiele sind, oder? Ja, keine Frage. Wobei ich halt schon finde, dass vom Anspruch her die Crew sehr weit weg von The Kings Dilemma. Ja, aber wir hatten ja auch schon mal einmal die Spannbreite. Wann war Terraforming Mars nominiert? Was war da? Ja, allein letztes Jahr Detective ist für mich auf einer Ebene so ein Kings Dilemma. Und da habe ich auch das Gefühl, wie ich letztes Jahr bei Detective schon sagte, ich finde es super, dass es nominiert wurde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur den Hauch einer Chance auf den Sieg hat. Auch wenn das ja offiziell noch gar nicht feststeht und die Spiele jetzt noch gespielt werden, um es rauszufinden. Aber genau wie letztes Jahr bei Detective kann ich mir nicht vorstellen, dass The Kings Dilemma den Kennerspiel des Jahres Pöppel bekommt. Warum nicht? Weil du halt idealerweise eine feste Gruppe brauchst, idealerweise aus fünf Leuten, die sich für bis zu 20 Partien trifft. Ich denke, es sind auch nur fünf. Ich denke, es sind nur 15. Mach es mir noch nicht noch wieder länger. 15 bis 20. Aber braucht das denn für die Crew nicht auch am besten eine feste Gruppe, mit der ich mich eingespielt habe, um die Szenarien zu machen? Weil ansonsten müsste ich ja bei der Crew auch immer von vorne anfangen. Ja, das ist so. Ich glaube, das darf kein Argument sein. Das ist so das Magic-Maze-Problem. Also ich nenne das mittlerweile Magic-Maze-Problem, dass ich ein super Spiel finde, nur immer, wenn ich es spiele, fange ich vorne an. Egal, also dann kommen wieder neue Leute, kommt wieder ein Neuer dazu, dann sagt man, ach komm, fangen wir wieder von vorne an. Dann spiele ich das erste Level zum achten Mal oder zum zehnten Mal. Obwohl ich das bei die Crew noch ein bisschen anders sehen würde, weil da kannst du ja auch so einsteigen. Klar, wer gerade jetzt noch nicht so Stichspiel erfahren ist, der sollte vielleicht vorne anfangen. Aber wir haben zum Beispiel beim Kosmos-Pressetag, als ich das das erste Mal gespielt habe, haben wir wahllos irgendwelche Nummern gesagt und die Level gespielt. Und ich glaube, da haben wir auch irgendwie gleich Level 48. Gut, das haben wir nicht mal annähernd geschafft. Gleich 48. Aber da finde ich, ist es nicht so wichtig, dass man die Level wirklich am Stück spielt und mit der gleichen Gruppe. Das ist bei King's Dilemma nochmal was ganz anderes. Ja, das ist anders als bei King's Dilemma. Definitiv. Aber ich habe jetzt keinen, der gehört hat, nee, gesagt hat, keinen gehört, der gesagt hat, so Gott, äh, King's Dilemma hat da auf der Liste nicht zu suchen. Das ist ja alles so, ey, da gehe ich voll d'accord mit. Also die es gespielt haben, sagen alle. Oder so. Ja klar. Aus meiner Blase. Meine Blase. Ich finde es auch super, dass sie es nominiert haben. Ich habe es mir auch gewünscht gehabt, hat es ja auch auf meiner Liste. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass es ausgezeichnet wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht liege ich damit auch völlig falsch. Was ich mich eher fragen würde, was ist, ähm, wenn man ja aber davon ausgeht, dass so, ähm, das Kennerspiel dafür gedacht ist, der, der mit dem, mit dem Spiel des Jahres, der mehr möchte, schaut sich halt das Kennerspiel an. Ähm, wie geht der an ein Kings-Dilemma dran, was ja doch ganz anders ist, als, äh, wahrscheinlich die Spiele, die diese Zielgruppe gewöhnt ist, oder? Mhm. Ja. Aber ist es, ist es denn so, ich, ähm, ich habe mir das ja gestern gleich noch geklickt, es ist heute sogar schon eingetrudelt, ähm, es hat eine 48-seitige Anleitung. Mhm. Hat mir immer schon so ein bisschen erschlagen, äh, aber für mich in meinem Kopf sieht es eigentlich nach einem einfachen Einstieg aus. Ist es das? Ja, tatsächlich. Du hast es ja gespielt. Von den Regeln her, von den Regeln her ist es tatsächlich relativ simpel. Du kriegst irgendwie, weil du deckst jede Runde, deine Dilemmakarte auf und musst darüber abstimmen. So, das ist das, so in meinem Kopf ist, so ist in meinem Kopf gerade der Spielablauf. So ist es tatsächlich. Also es wird eine Dilemmakarte aufgedeckt, ähm, jeder muss seine Entscheidung treffen, dann geht's, gegebenenfalls über mehrere Runden, es wird ein bisschen diskutiert und das war's. Also passiert das. Aber gerade darauf muss man sich halt auch einstellen. Aber passiert das. Dass die Leute Bock drauf haben, einzusteigen und zu diskutieren. Genau, das Komplexe passiert aber zwischen den Spielern und nicht vom Spiel aus. Nee, das Spiel selbst ist eigentlich gar nicht komplex. Das ist nämlich meine Hoffnung, die ich an dem Spiel jetzt. Ja, aber das sehe ich genau als, als den Knackpunkt dabei. Jemand, der erwartet ein Spiel, muss sich darauf einlassen, auf einmal nicht halt seine Figuren auf den Spielplan zu verteilen oder irgendwelche Würfel von links nach rechts zu schieben, sondern er muss auf einmal, in Anführungszeichen, in eine Rollenspielsituation reingehen. Also man kann es so spielen. Man kann einfach nur spielen, hier, ich weiß, diese Runde möchte ich gerne, dass diese Leiste ganz nach oben kommt und ich tue alles dafür, dass das passiert. Aber dann verliert das Spiel in meinen Augen sehr viel. Dann kann es nicht das entfalten, was es eigentlich drauf hat. Also man sollte schon sich wirklich in sein Haus reinfühlen und dann auch im Sinne des Hauses und im Sinne des ganzen Landes entscheiden. Und da muss man halt auch manchmal ethisch fragwürdige Entscheidungen treffen. Oh, geht schon wieder los mit ethischen Entscheidungen. Entweder man denkt sich da, oder fühlt sich da rein, oder man sagt halt einfach hier, ich will, dass die Ernte ganz nach oben schießt und ich tue alles dafür, ganz egal, was ich dafür tun muss. Und wenn ich dafür das halbe Volk abschlachten muss oder sonst was, ist mir egal. Ich möchte, dass der Marker am Ende ganz oben liegt. Aber so wird man an dem Spiel sicherlich nicht viel Gefallen finden. Ja, ich bin gespannt. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich mir nicht vorstellen kann, dass das am Ende ausgezeichnet wird. Weil die anderen beiden da in meinen Augen doch mehr Potenzial haben, eben einem, der etwas mehr als das Spiel des Jahres haben möchte, da weiter was anzubieten. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr da irgendwie eine Diskussion geben wird, dass die Crew nicht den Preis mitnimmt. Also jedes Spiel, was auf dieser Liste steht, ist wahrscheinlich einfach Zweiter oder Dritter. Weil ich, meine persönliche Meinung ist, dass man an die Crew im Moment nicht dran vorbeikommt. Das sehe ich ganz genauso. Also dafür ist halt die Konkurrenz aber auch sehr stark. Aber was, ich finde das ja immer ganz spannend, was wäre denn, was würde passieren, jetzt wäre tatsächlich jetzt nicht die Crew gewinnt, sondern der Kartograf. Weil nämlich ein anderes Kurs auf der anderen Liste gewonnen hat. Nein, gäbe es dann einen Shitstorm? Ich glaube nicht, weil der Kartograf auch gut ist und auch, denke ich, ja, aber alle sagten, die Crew ist doch ganz klar, also wäre ja schon ungewöhnlich, wenn er es nicht machen würde. Ja, es würde einen Shitstorm geben, von dem aber niemand was mitkriegt, außerhalb unserer Blase. Dann sind wir wieder bei dem Käufer im Markt. Das sowieso. Das sowieso. Aber ich weiß gar nicht, es gab doch auch Stimmen, die sagten so, die Crew, das ist doch ein Hype und ist das überhaupt so das Überspiel? Ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Leute würden dann schon durchaus sagen, vielleicht ist der Kartograf die bessere Wahl. Und beides sind super gute Spiele, also beide hätten es durchaus verdient. Alle drei sind super gute Spiele, hast du ja gesagt. Ja, natürlich. Wie gesagt, King's Dilemma ist für mich aus den genannten Gründen, glaube ich, da nicht an der Auszeichnung. Es ist trotzdem ein super Spiel, aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das als Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wird. Zwei People Award Gewinner auf der Liste, ne? Ja. Dann lass noch mal die Empfehlungsliste reinschauen. Da ist ja noch mal so ein Spiel, wo man sagen würde, so, ups, was macht das denn da? Ich tauche einmal unters Meer, Underwater Cities, wo ja auch viele überrascht waren, dass dort, dass das dort auftauchte. Ja, aber wir hatten ja schon öfter mal Kandidaten, die von der Komplexität in meinen Augen doch am ganz obersten Ende liegen und vielleicht sogar Richtung Experten-Spiel gehen, die aber auf dieser Liste landen, weil die Jury es einfach für empfehlenswert hält. Genau. Und das ist Underwater Cities auf jeden Fall. Ich gucke gerade, also 2017 war zum Beispiel Great Western Trail auch auf einer Empfehlungsliste. Ja. Matthias schreibt gerade, dass er nicht mehr reinkommt gerade. Die haben da Probleme. Okay. Hallo Berlin. Das ist Berlin calling. Was ich mir nur frage, ist nach und nach in den letzten Jahren ist ja viel bei der Jury auch an Personal oder jüngeres Personal hinzugekommen. Glaubt ihr, das hat auch eine Auswirkung auf die Auswahl und auf die Komplexität der Spiele? Dass das vielleicht sich ein bisschen verschiebt? Ich gucke gerade mal, ich habe gerade die Wikipedia-Seite offen. können die da mal 2015 zum Beispiel nehmen. Dort hatten wir auch einen Marco Polo auf der Liste, also auf der Empfehlungsliste à la Erde. Was ja, ich habe es nicht gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie komplex das ist. Ja, es ist halt sehr umfangreich, es hat sehr viele verschiedene Aktionsmöglichkeiten. von daher, ich denke auch, sowas gab es immer schon mal auf der Empfehlungsliste. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was mit den neueren und jüngeren Jurymitgliedern zu tun hat. Aber jetzt haben wir die anderen noch nicht genannt. Wo war die, ne? Genau. Res Arcana, was ich glaube ich auf meiner Liste hatte. und Paladine des Westfrankenreichs. Habe ich leider noch nicht gespielt, aber hat man bisher ja auch nur Gutes drüber gehört. Genau. Ja, was war jetzt deine Frage, René? Ob die, ob die Verjüngung der Jury sich aus, abhielt? Ob das eine Auswirkung hat, genau, ob es eine Auswirkung auf die, die zur Wahl stehenden Spiele hat. Weil ich denke schon, dass die ja, ausmissend das, was in den letzten Jahren an neuen Mitgliedern dazugekommen ist, schon einen Einfluss haben wird auf das, wenn man sich jetzt mal bedenkt, wer da als Spielecharakter, wenn man jetzt den Stefan sieht als, weiß ich nicht, der spielt ja quasi alles und Ja, genau, das ist auch gut aufbauen da, ne? Mit jedem. Ja, aber er ist ja auf jeden Fall auf jeden Fall, der hat ja auch keine Angst vor komplexen Spielen und sonstigen. Das ist ja so. Aber hast du das Gefühl, dass sich da was getan hat? Nee, das war einfach nur eine These. Das ist jetzt ohne es begründen zu können und so. Es wäre halt eine Möglichkeit, ob das da halt Einfluss drauf hat. Ich such grad die Scout-Liste aus Essen. Find's ja jetzt nicht. Während du suchst, hab ich noch mal eine andere Frage, bevor wir jetzt zum Spiel des Jahres übergehen. ich hab oder wie wie seht ihr das? Ich hab in letzter Zeit immer Probleme damit, mit diesem kompletten Überhype, der um diese Verleihung des Preises oder um diesen Preis an sich passiert, dass es wie gesagt, es gibt Beschimpfungen oder es gibt Bekränkungen, es gibt alles mögliche und ich frage mich, ist das nicht manchmal ein bisschen drüber, über welche Spiele jetzt ausgewählt wurden, welche Spiele gewonnen haben. Es gibt links und rechts dauernd Leute, die unzufrieden sind. Naja, das ist ja, das ist ja, ich denke mal, dass jeder sich in seinem Hobby irgendwie besteht oder naja, ich will das jetzt nicht über einen Kamm schweren, aber viele wollen sich vielleicht in ihrem Hobby und in ihrem Spielebeschmack vielleicht bestätigt sehen und dann freuen sie sich, wenn halt diese Jury kommt und halt eins dieser Spieler auf die nominierten Liste zum Spiel des Jahres oder zum Kennerspiel des Jahres und dann kann man sagen so, hey, guck mal, ich fand das schon cool, bevor es cool war. Das ist ja so meine These. Ja, aber ich finde gerade mit den ganzen Diskussionen, die es da auch im Internet, bei Facebook oder sonst so gibt, das wird dann teilweise doch zu persönlich, wenn es dann heißt, so die sogenannte Jury und was bilden die sie eigentlich ein, worauf sind sie der Meinung, dass sie jetzt was auszeichnen können. Also das geht schon sehr auf die persönliche Ebene und das halte ich schon nicht mehr für angebracht. Ich glaube, es ist ein harter Job, den die Jury da zu tun hat, diese ganzen Spiele zu sichten und ausreichend zu spielen in verschiedenen Gruppen und ich habe da echt Respekt vor und von daher, ja, es ist ihre Entscheidung. Ich bin auch nicht in allen Punkten immer damit einverstanden, dennoch würde ich denen deswegen jetzt nichts absprechen irgendwie, dass sie da keinen Einblick haben oder dass sie da irgendwie Blödsinn gemacht haben. Ich glaube, dass sie schon eine gute Grundlage haben für diese Entscheidung. Ja, aber das ist immer so, als wenn wir unsere Top-Listen machen würden und jedes Mal sich alle Leute darüber aufregen würden, warum wir bestimmte Spiele auf irgendeiner Liste setzen würden oder bei einer Top-Ten, die du machst und da landet ein Spiel auf Platz 1. Es ist ja im Endeffekt auch nur eine Meinung von den Leuten, die es gespielt haben, die dann sich gemeinsam beratschlagt haben in irgendwelchen Prozessen bis weißer Rauch aufsteigt und sie haben dann ein Spiel gesagt, wo sich alle drauf einigen können. Ja, aber das Problem ist, wenn wir als Bretterwisser da eine Top-Ten raushauen, ist ja die Frage, wie viele bekommen das mit, wie viele führen das wirklich im Detail nach. Auf der anderen Seite das Spiel des Jahreslogo, das prangt halt zur Weihnachtszeit, stehen die Spiele überall im Laden. Das hat, glaube ich, einfach eine höhere Aufmerksamkeit. Aber das kann doch eigentlich dem gemeinen Nerd ziemlich egal sein, oder? Ja, sollte es. Das ist in die Richtung, was Arne sagt. Man möchte sich gerne in seinem eigenen Spielgeschmack beschädigt sehen und wenn das nicht der Fall ist, ist man recht schnell unzufrieden. Jetzt kann ich, ich kann ja sagen, nee, My City gefällt mir nicht. Kommst du. Und jetzt wird Spiel des Jahres, aber das hat doch, ich finde das immer so schlimm, dieses, ich fühle mich, die Leute fühlen sich manchmal persönlich dann angegriffen und das finde ich irgendwie auch schade. Warum? Ich kann doch trotzdem My City gut oder schlecht finden, auch wenn die Spiel des Jahresjury meint, das ist unser Spiel des Jahres. Und ich sage, nö. Und dann ist die Diskussion aber doch eigentlich auch beendet, oder? Ich muss es ja nicht als Spiel des Jahres toll finden. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ja. Ja, das ist wie dieses Blasendenken, da bist du doch auch immer so gegen. Zink outside the bubble. Also gut, ich bin jetzt in der komfortablen Situation und sage so, ich lehne mich tatsächlich gerne zurück und sage, okay, da wird jetzt ein Spiel zum Spiel des Jahres auserkoren und dann gucke ich mir das auch gerne an, dann möchte ich das vielleicht auch mal spielen oder kann es auch anderen Leuten dann entsprechend sagen so, schaut euch das ruhig mal an. So und Ja, My City ist es bei dir heute angekommen, habe ich gehört. Genau, weil ich es jetzt mal ausprobieren möchte. Dann kann ich mir meine Meinung dazu bilden. Das musst du doch vorher machen, als qualifizierter Podcaster. Ja, immer als Profi. Ja, wie gesagt, ich finde diesen ganzen Hype und dieses Ganze, ja, wie so der heilige Gral und wenn der heilige Gral nicht das eine Spiel ist, sondern das andere, gibt es persönliche Angriffe, finde ich immer ganz, ganz schlimm. Ja, ich bin auch ganz schlimm, aber das ist in der heutigen Zeit so, das wird sich die Leute nicht verhindern lassen. Du hast ja nicht mal was davon, wenn das jetzt Spiel des Jahres wird. Wenn jetzt irgendwie Kings Dilemma Kennerspiel wird, ja, dann kannst du dich halt freuen oder auch nicht, aber dann kann ich auch Facebook schreiben, ich wusste schon vorher. Ja, aber das Exemplar, was du im Schrank hast, damit passiert dir dann aber auch nichts. Nicht? Nee. Wird das nicht mehr wert? Ja, wenn du es noch zu hättest und ohne ohne Marke erste Auflage und so, also ohne hier. Habe ich das Paket besser mal zu? Habe ich heute auch drüber nachgedacht, aber ich wollte mir diese Karten entgucken. Da sind 75 Umschläge drin. Nee, 70. Ja. Und ein Kartenentsorgungsschlitz. Ja, der sehr cool ist. Ist cool, ich fand das, ja. Ja, jetzt hatten wir schon eine Diskussion vom Zaun gebrochen, wir waren noch gar nicht fertig, ne? Ja, aber das wollte ich jetzt vorher machen, nachher sind wir im Taumel des Spiels drin. So, äh, Spiel des Jahres. Spiel des Jahres, genau. Äh, muss ich das jetzt wieder machen? Kann Sonja machen? Nee, die haben wir nicht gemacht. Ist die überhaupt im Dokument? Ja. Ich bin nicht im Dokument, ich kann es aber trotzdem sagen. Also, nominiert sind My City vom Kosmos Verlag, Nova Luna von der Edition Spielwiese beziehungsweise bei Pegasus Spiele erschienen und Pictures vom PD Verlag. Ja, Nova Luna ist ein Spiel, was ich ja selber auf dem Kennerspiel Liste gesehen hätte, weil ich es tatsächlich schwieriger fand, es anderen Spielern beizubringen, als zum Beispiel die Crew. Aber gut, der Verlag hat es ja selber auch als Familienspiel eingestuft. Komm jetzt gerade nicht dran, ja. Aber Nova Luna. Oh, ich weiß auch, welche Diskussion du jetzt hinaus willst. Auf welche? Ein abstraktes Spiel. Nee, ich glaube auf eine andere. Okay. Ja, abstrakt ist schon nicht meins. Aber ich finde es unglaublich hässlich. Achso, ich dachte, du wolltest auch, dass die Idee ja eigentlich schon mal in einem anderen Spiel vorkam. Nee. Ich, ähm, ein Kumpel. Aber ziehst du dich jetzt nur auf das Cover oder hast du auch schon mal den Spielaufbau gesehen? Auf Fotos. Da finde ich es noch schlimmer. Okay. Ich würde gerade sagen, ich finde das Cover jetzt auch mäßig, aber im Spiel finde ich es eigentlich ganz hübsch anzusehen. Auch mit dieser tollen Mondfigur. Das hat was. Das ist überhaupt nicht meine Art vergrasen. Also ich finde das. Es ist ein abstraktes Spiel. Es ist schon, es scheint sowieso schon von vornherein aus, egal wie es aussieht. Also für dich. Ja, trotzdem darf ich mich ja drüber hermachen, dass es, dass ich es total hässlich finde. Aber das tut nie, ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie gut das mit deiner Farbenblindheit zusammenhängt. Ja, vielleicht hat das auch noch was damit zu tun. Ja, das könnte problematisch werden. Ja. Ansonsten ist es, es ist tatsächlich ein Puzzlespiel. Du versuchst halt die farbigen quadratischen Plättchen so anzuordnen, wie es die Aufgaben auf die Plättchen vorgeben, damit du die Aufgaben abdecken kannst und wer als erster seine Scheiben losgeworden ist, hat gewonnen. Du hast doch Patchwork glaube ich schon gespielt, oder? Ja. Ja, also der eine Milch, der halbe Milch, das halbe Spiel ist halt Patchwork. Und der andere ist halt der andere Mechanismus. Wie hieß das Spiel von dem Van Morsen Habitats? Genau. Auf jeden Fall ein Spiel, was ich jetzt mir nicht freiwillig irgendwie angucken würde. Macht mich null an. Wirst du denn machen müssen, wenn es denn demnächst der Spätesjahres füllt? Ja, wie gesagt. Ist das denn dein Favorit, Arne? Ja. Ich glaube schon. Vor My City? Ich glaube schon, ja. Dann sind wir aber auch wieder, die Kings Dilemma Diskussion, die wir ja gerade hatten, kannst du ja auch bei My City genauso abbilden, oder nicht? Nee, das ist ja, obwohl so ein paar die Kings Dilemma dauert auch. Ja, aber am besten spielst du es in einer festen Gruppe, damit du es dann halt, diese Diskussion meinte ich. Ja, aber ich merke gerade, dass meine Argumentation schwächelt. In meinem Kopf ging die My City Kampagne sehr viel flotter. Gut, wir haben sie jetzt natürlich auch in zwei Tagen durchgespielt zu zweit. Es ist auch nur ein Familienspiel. Wobei wir so Kings Dilemma auch an zweieinhalb Tagen durchgespielt haben. Und ja, auch die Kings Dilemma Partien gingen so im Schnitt eine Stunde. Gut, My City, da dauert eine Partie eher so eine halbe Stunde. Ja, da spielst du ein Kapitel in einer Stunde. Ja, wobei, ich glaube, das klappt auch nicht ganz. Nicht ganz, aber ein bisschen über eine Stunde. Aber du hast es mit den gleichen Leuten immer gespielt. Also du hast jetzt nicht irgendwie. Ja, aber es fühlte sich anders. Ich kann es aber gerade tatsächlich nicht mit Argumenten untermauern. Und deswegen glaube ich nicht, also auch wenn es vielleicht das bessere Spiel ist, kann ich mir dann nicht vorstellen, dass das dadurch Preisträger, also das wird dem. Ich hätte gedacht, gerade weil es durch die Legacy-Kampagne einfach mal was ganz anderes ist. Und weil es Legacy halt auch für Familien zugänglich macht. Oder halt für unerfahrenere Spieler. Und den Vorteil, den du hier natürlich hast, ist, die feste Gruppe kann die Familie sein, weil dann deine Kinder auch mitspielen können. Während, glaube ich, bei Kings Dilemma müssen ja schon ältere Personen mit am Tisch sitzen. Ja, das ist ja klar. Ja, also auch allein vom Thema her. Kings Dilemma will ich jetzt nicht mit der Familie da irgendwie zusammenpacken. Ich wollte diese Diskussion der festen Gruppe genau, kannst du halt genauso auf MyCity anwenden. Ja, aber die feste Gruppe ist bei MyCity einfacher in der Familie zu realisieren. Ja. Sind wir bei der Oma unter dem Weihnachtsbaum? Die, was die Oma bei euch unter dem Weihnachtsbaum macht? Ich hoffe, da liegt das Spiel und nicht die Oma. Ja, aber ich glaube, auch die Oma dürfte da, also es ist ja wirklich nur, es wird eine Karte aufgedeckt und ich puzzle das entsprechende Teil auf mein Gelände. Ich finde das auch ein super Spiel, also da will ich jetzt ja gar nicht dagegen schießen. Tja, wir wollen es ja auch nur verargumentieren. Gut, aber wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass Pictures eher so kein Kandidat für das Spiel ist, also für die Auszeichnung am Ende ist. Also ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe es auch nicht gespielt. Aber man hört halt, dass es diese eine Regel gibt, dass es passieren kann in einer Partie, dass das gleiche Bild mit dem gleichen Material dargestellt werden soll. Wo man natürlich dann einfach den Vorgänger kopieren könnte. Okay. Wo man da nur mit einer Hausregel dran vorbeikommt. Das hatte ich auch im Beeple Talk besprochen. Da hatte das ja der Nico auf seiner Liste. Und er meinte aber, ja, das Spiel ist aber, also das Spielprinzip an sich ist aber so gut, dass man darüber hinwegsehen könnte. Ja, aber dann sind wir wieder bei der neuen Jury, ne? Also bei, ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren passiert wäre, wenn es da so grobe Schnitzer drin gegeben hätte. Also es wurde ja öfter, es wurde ja öfter irgendwie bemängelt, ja, Spiele hätten redaktionelle Schwächen und Lücken in der Regel und da wurde ja immer viel Wert drauf gelegt. Da habe ich das Gefühl, das ist in den letzten Jahren jetzt nicht so mehr gewesen. Naja, da ziehe ich ganz gerne so diesen Carpe Diem-Vergleich, wo ich auch gesagt habe, also bei Carpe Diem das Spiel kannte ich, das Spiel finde ich super, wäre für mich auch ein super Kandidat für die Auszeichnung gewesen. Aber hat man ja einfach nicht machen können, wenn man dann dem Verlag das Zeichen gibt, ja, du kannst dir erstmal quasi deinen halben Prototypen veröffentlichen und dann sagen wir dir ja was, was uns daran nicht gefällt und dann kannst du nachlegen. Ja, ich glaube, das geht in so eine ähnliche Richtung. Das Spiel ist super, aber ich glaube, die redaktionelle Bearbeitung hätte da noch ein bisschen besser laufen können. Ja, nur die Frage ist, ist das Aufgabe der Jury, das zu machen, oder ist das eher Aufgabe des Kunden oder des Spielers? Oder uns Blogger, weiß ich nicht. Wir könnten das ja auch, wir könnten ja auch drauf hinweisen. Oder hast du jetzt ja gemacht. Ja, wobei das halt nur Hörensagen ist, also ich habe selber noch nicht gespielt. Oder der Nico, vielen Dank Nico, dass du... Also ich habe es schon zu Hause, aber da es ja erst ab drei Spielern spielbar ist, scheidet das momentan noch aus. Ja, das ist schwierig. Ja, den kann ich ja nochmal durch. Ich weiß nicht, ob du die Empfehlungsliste auch noch vor dir liegen hast, Sonja, oder? Ja. Dann? Da haben wir mit Colorbrain ein Quizspiel, wo man einfach mit Farbkarten antwortet. Der Fuchs im Wald, ein Stichspiel für zwei Spieler. Dann Draftosaurus, das Draftingspiel mit tollen Holz-Dino-Meeples. Littletown, was ich auch eher bei Kenner eingeordnet hätte, damit aber auch leben kann. Dann haben wir da Kitchen Rush, so ein Echtzeitspiel, was so ein bisschen in die Richtung Magic Maze geht, auch mit so geführten Episoden, dass man da von Mal zu Mal ein bisschen mehr Regeln dazu bekommt. und Spicy, Kartonspiel von Heidelbeer Games. Bunte Liste, aber wie wurde bemängelt, es gibt kein Geschicklichkeitsspiel. Da ist aber auch die Frage, gab es dieses Jahr irgendein Geschicklichkeitsspiel, was dort irgendwie Aufsehen erregt hätte? Mir wäre jetzt als erstes Slidequests in den Sinn gekommen, was ja beim Kinderspiel auf der Empfehlungsliste gelandet ist. So Geschicklichkeitsmäßig weiß ich nicht, ob da irgendwie... Sonst würde mir da tatsächlich auch nichts was halt so ein bisschen fehlte, ist irgendwie so ein Carnival of Monsters, naja, das hätte man vielleicht auf Andrazit packen können vielleicht eher, aber so ein Team 3 oder ein Perfect Match. Team 3, ja. Oder ein Perfect Match. Ein Perfect Match, ich habe es ja immer noch nicht gespielt. Ich konnte. Aber Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es sich setzen lassen muss, aber so gefühlt finde ich die rote Liste tatsächlich dieses Jahr die schwächere. Also mich hat das Colorbrain tatsächlich auch überrascht. Also ich finde es einerseits ist es ganz gut und ein bisschen ausdrücklich, dass auch mal wieder ein Quizspiel auf der Empfehlungsliste ist. Es macht schon ein bisschen was anderes, weil man halt wirklich nur mit Farbkarten antwortet und die Fragen sind halt auch so aus allen Kategorien, aber es ist halt viel, würde ich mal sagen, so aus dem Geek, Nerd-Bereich, irgendwie aus irgendwelchen Computerspielen, TV-Serie und ähnliches, irgendwie welche Farbe das Logo oder so hat. Es ist sicherlich nichts, was man so an Weihnachten mit Oma und Opa spielen sollte. Geht das mit Farbenblinden? Ja, also du hast halt die Karten, da steht aber glaube ich auch die Farbe nochmal drauf als Text. Doof ist nur, wenn man nicht, das Logo in der Farbe nicht weiß, ne? Ja, dann bringt dir die Farbe auch nix. Aber was halt ganz spannend ist, also man hat dann, man kriegt dann die Aufgabe zum Beispiel, das Logo des Duden, vier Farben und dann überlegt man es nur so vier Farben, also man kriegt dann immer die Anzahl, wie viele Farben man raussuchen muss. Gelb, schwarz, weiß, rot? Ich kenne die Antwort tatsächlich nicht ausgerechnet, ich weiß auch nicht, ob vier richtig war, aber das fängt manchmal schon an, wo man sich denkt, was soll ich da jetzt vier, fünf, sechs Farben nennen? Irgendwie kommen einem erstmal nur so drei, vier in den Sinn und dann, also es ist ja schon tatsächlich witzig, aber ja, ich glaube nicht für verschiedenste Alterklassen, Altersklassen. Nee, da wird wahrscheinlich auch einfach, das Spiel ist jetzt auf der Empfehlungsliste und da ist wahrscheinlich auch gut so, aber halt, die Oma hat wahrscheinlich mehr Lebenserfahrung als, na okay, dann kommen natürlich, wenn du sagst Videospiele, dann haben die Kinder wieder einen Vorteil. Richtig. Vielleicht ist das der Ausgleichende. Spannend finde ich eigentlich den Fuchs im Wald, weil es ein Zweierspiel ist. Ja, da würde ich mal Grüße an den Krimi-Master rausgehen lassen, der ja bei den Prädagogen schon seit langer Zeit, ich glaube seit seinem Australien-Urlaub, immer wieder darauf hinweist, wie toll doch der Fuchs im Wald ist. Ja, ich denke, das wird da sein guter Einfluss gewesen sein. Würde ich auch mal gerne spielen, leider falscher Verlag. Ganz genau, ich warte noch darauf, dass ich das, dass ich die englische Version bekomme, wenn die wieder verfügbar ist. René, du noch irgendwas zu sagen? Nö, ich, ich harre da einfach der Dinge, die da kommen und nehme es dann hin. Dann nehme es, oh Gott, wie es das anhört. Nein, also jetzt, ich kann halt zu den meisten Spielen nichts sagen und ja, schaue mir einfach an, was gewinnt und wenn ich das vorher nicht kannte, schaue ich mir nochmal an das Spiel. und wie gesagt, ich kenne noch, also Colorbrain kannte ich tatsächlich noch nicht mal vom Namen her. Das gibt es im Original auch in der Disney-Variante. Ich hoffe, dass es jetzt dadurch, dass es auf der Empfehlungsliste gelandet ist, Game Factory auch die Disney-Variante rausbringen wird. Ich würde es sofort kaufen. Das ist wahrscheinlich eine rechtliche Sache, könnte ich mir vorstellen. Ach, verdammt, bei Asmodee jetzt auch Codenames Disney bringt. Wahrscheinlich haben sie da einen guten Deal gekriegt oder sowas. Ja. Man kriegt halt nur überall zu hören irgendwie, oh Gott, was war das für eine schlechte Auswahl oder warum sind diese Spiele nominiert. Mir fehlt das und das Spiel. Ja, aber das ist ja jedes Jahr so. Genau, es wird immer irgendwem irgendwas auf der Liste fehlen oder völlig viel am Platz. Ja, wir haben ja auch gerade irgendwie ein paar Spiele genannt, wo ich sage so, oder Rune Stones, wo ist ein Rune Stone? Keine Ahnung. Fuck of Love beim Kennerspiel hat mir zum Beispiel gefehlt. Ich gucke gerade. Oder auch ein anderes Zweispielerspiel von einem Verlag, über den wir hier nicht reden. Nixon hieß das, ne? So ähnlich. Wassertour. Ja. Jedes Jahr die gleiche Leier, trotzdem ist es jedes Jahr spannend, also finde ich. Also ich habe, das war gestern eine coole Sache, da haben wir uns im Zoom-Meeting, das hat Spaß gemacht, auch. Ja, ich wollte ja nur kurz dabei sein. Weil man die Leute auch mal wieder ein bisschen gesehen hat, also das geht ja schon ein bisschen ab, das. Wo du es gerade sagst. Ja. Warum findest du das denn jedes Jahr spannend? Ja, das ist ja dann wieder die Diskussion so, ey, wird mein Spielegeschmack bestätigt? So ist es bei mir. Oder kann ich dazu jetzt was sagen? Also, oder ich habe ja gestern, als dieses Kings Dilemma auf die Liste gekommen ist, habe ich gleich gedacht, ich stehe ja mit diesem Mist. Was? Mist, jetzt musst du es sagen. Nein, Mist jetzt, nein, 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 ich stehe ja mit diesen Kampagnen Spielen immer so ein bisschen auf Kriegsfluss. Und dann habe ich jetzt jemanden aus meiner Göttingen Spielgruppe gefragt, hast du Bock auf dieses Spiel? Da das halt auf diese Liste gekommen ist, ist es für mich wieder in den Fokus reingerutscht. Und dann habe ich mich halt ein bisschen kurz darüber informiert, habe gedacht, es ist ja nur Karte aufdecken und irgendwelche Marker hochschieben und was drauflegen. So funktioniert das Spiel für mich im Kopf. Und jetzt haben wir diese Gruppe haben wir festgekloppt. Wir wollen das dann auch spielen. Ist schon terminiert. Mal gucken, ob es diesmal klappt, irgendwie da mal durchzukommen. Der René, schöne Grüße, hat auch richtig Bock drauf, hat auch schon die Anleitung gelesen. und ja, also man taucht vielleicht, man entdeckt vielleicht nochmal Spiele, wo man sagt, eigentlich ist es nichts für mich, aber jetzt ist es auf dieser Kellerliste, jetzt schaue ich es mir doch nochmal an. Du hast ja auch gesagt, René, jetzt wird das Spiel des Jahres, jetzt schaue ich es mir nochmal an. Ja. Oder weil ich ja keine Ahnung habe. wollte es jetzt ja auch angucken. Genau. Ich war tatsächlich gestern ganz happy, dass ich alle sechs Spiele, also die drei nominierten zum Spiel und zum Kernspiel des Jahres, alle schon zu Hause habe und mich um nichts mehr kümmern muss. Ich weiß gar nicht, wie es für Verfügbarkeiten jetzt noch aussehen oder sowas. Weil ich mir tatsächlich am Wochenende noch Push bestellt habe, weil ich, das ist ja von vielen so positiv besprochen worden und ja auch viele das auf ihre Liste für das Spiel des Jahres haben. Ach, das habe ich auch gespielt. Das hast du auch gespielt? Ja, ich habe es schon gespielt. Wann denn? Letztes Wochenende. Und? Ich habe es gespielt. Gnadenlos versagt im ersten Spiel. Ja. Ich dachte, es ist ja Push du Lack, dann mach das mal. Ja. Dann push mal dein Lack. Nee, das darfst du nicht tun. Du musst den anderen den schwarzen den Würfel zuschustern. Das haben die aber nur mit mir gemacht. Ja, die haben das wahrscheinlich schon öfter geschrieben. Dagegen kannst du ja nie was tun, das ist ja das Gemeine. Ja, aber da musst du es ja in deinem Zug auch, naja, das Spiel kann sehr gemein sein. Wahrscheinlich ist deswegen auch nicht auf diese Listen gelandet. Nee, ich fand es halt auch tatsächlich nicht gut. Ach, nee. Ja, ich weiß. Wir kommen da nicht auf einen grünen Zweifel. Nee, wir kommen da nicht auf einen. Vielleicht, wenn King's Dilemma jetzt wirklich gut ist, René, vielleicht haben wir ein Spiel, was wir gemeinsam gut finden. Uh, das wäre ja mal was. Obwohl, Blood Rage finde ich auch gut. Ja. Hä? Nee? Fünf Gurken fand ich, das glaube ich, auch gut, hast du mal gesagt. Das ist richtig. Apropos Fünf Gurken, genau. Stichspiel, was? Genau, Stichspiel, die Crew. Es gab ja immer noch diese Diskussion, ist denn dieses Konzept Stichspiele nicht zu kompliziert? Habe ich jetzt am lebenden Objekt getestet? Oma? Nee, Tochter. Emma? Genau, nicht Oma, sondern Emma. Und, ähm, die Crew haben wir zwar noch nicht geschafft jetzt, aber wir haben jetzt angefangen, einmal ein paar Partien, fünf Gurken zu spielen. Was ja, ja. Das habe ich auch überlegt, ob ich damit stichspielmäßig einsteige, da hatte ich, glaube ich, bei Twitter. Hat nach den ersten zwei Runden hervorragend funktioniert. Ja, und ja, ich bin auch kein Stichspielefreund oder kein Großmeister drin, aber nicht, weil ich diesen Mechanismus nicht verstanden habe. Dieser Mechanismus hat zum Beispiel Emma relativ zügig verstanden, was sie machen muss. ähm, das ist bei fünf Gurken ist jetzt das Farbding noch nicht mit dabei, aber sie muss also eine, eine Karte spielen, wenn es die höchste ist, gehört der Stich ihr, wenn sie nicht höher spielen kann, muss sie die niedrigste werfen, war nach zwei Runden drin, hat wunderbar geklappt. Und deswegen finde ich immer dieses Argument, ähm, dass Stichspiele, äh, so eine hohe Einstiegshürde haben, gar nicht so. Das Problem ist natürlich, das, was ich halt auch bei Stichspielen habe, das nachher zu meistern, ne, ähm, nachher dieses Merken, welches Karten wurden schon gespielt und alles mögliche, dieses, um dann im richtigen Moment die richtige Karte zu spielen, das ist das Problem immer, also aus meiner Sicht, ja, aber nicht dieses, ähm, wie funktioniert ein Stichspiel im eigentlichen Sinne? Und da fand ich die Diskussion immer etwas merkwürdig. Bezogen auf die Nominierungen und Empfehlungen, jetzt ist ja der Fuchs im Wald ebenfalls ein Stichspiel und ist auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. Gut, ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber es ist halt auch ein Stichspiel, wie die Crew, die auf der Kennerliste gelandet ist. Ja, aber viele haben es ja auf die Kennerliste gesetzt, weil es halt ein Stichspiel ist und weil das so schwierig ist, weil die Kinder in der Schule nicht mehr Skat spielen oder im Bus zur Schule, wie es früher war, als ich Kind war, da haben wir immer Skat gespielt. Und Aschenbecher getöpfert. Aschenbecher getöpfert. Aber wie gesagt, zumindest das Spiel Fünf Gurken hat nach ein, zwei Runden sofort geklappt und da sehe ich jetzt also nicht die Hürde, was es verhindert hätte, zum Spiel des Jahres nominiert werden zu können. Wir sind jetzt dabei, Zug um Zug zu spielen mit der Großen. Das Spiel kann man ja auch sehr gemein spielen. Habe ich jetzt in der zweiten Partie mal ein bisschen die Taumenschrauben angelegt. Es war knapp, dass die Züge auf den Tisch stehen blieben. Flip the table. Ja, so an einer Situation, aber das geht auch sehr gut. Vielleicht sollte ich mir die Deutschland-Version mal holen, dann kriegt man gleich noch ein bisschen Geografie vermittelt. Gibt es die noch? Ja. Oder gibt es, war das nicht mal Märklin? Und dann war es, so was bringen wir. Märklin kommt glaube ich nicht mehr so einfach, aber ich denke mal Deutschland müsste es eigentlich noch geben. Ach guck mal, das wäre eigentlich nochmal so, obwohl da sind wieder Sonderregeln drin, ne? Ja. Oder, Toni? Ja, das normale Zug um Zug tut es ja auch. Ja, ist nur ein Amerika-Plan. Dann nehmen wir Europa. Ja, da ist ja diese Tunnel-Geschichte wieder mit dabei. Das will ich ja nicht. Übrigens, wisst ihr, ob in den neueren Versionen die Karten größer sind? Ja, als beim Zug um Zug Original auf jeden Fall. Ich habe so kleine Karten, das nervt mich irgendwie. Ja, also wir spielen auch, wenn wir die Erweiterung spielen, immer mit Europa, weil da sind die Karten wesentlich größer. Ich gucke gerade, Deutschland gibt es. wieder kriegt man gleich noch ein bisschen Geografie vermittelt. Ich bin der Meinung, bei Deutschland müssten die Karten auch größer sein. Ja, das sehe ich gerade, ja. Muss mal gucken, muss mal bei Bibelchat nachfragen. Oder mal eine Anleitung lesen. Sollte nicht so schwer sein. Gut, ja, jetzt kommen wir hin. Sind wir so weit durch, oder? Quatschen, ne? So, was wird jetzt Preisträger? Das können wir ja nochmal kurz sagen. Also für mich beim Spiel des Jahres My City einfach, weil es Legacy für Familien bietet. Und Kenner? Ja, ich denke die Crew. Knapp vor Kartograf, aber ich glaube, die Crew, also ich habe vorher gesagt, die Crew wird auf jeden Fall irgendeine Auszeichnisse erhalten und da halte ich auch jetzt beim Kennerspieler. Die Bibelowatt reicht doch, oder nicht? Also Doppelsieg für Kosmos. Würde ich sagen. Was tippst du denn, Arne? Ja, ich habe ja schon Nova Luna in den Ring geworfen und ich komme aber auch an der Crew nicht vorbei. Und René? Ist mir egal. Ja, Gefühl, also wie gesagt, von den Spielsjahres habe ich noch keins gespielt, würde ich trotzdem allein vom Optischen, das würde mich eher in My City interessieren oder würde ich eher hingehen und dann würde ich den Legacy-Teil komplett abschließen und dann würde ich auch noch sagen, King's Dilemma gewinnt. Okay. Legacy en gros. The year of the Legacy. Genau. Aber auch spannend, auf jeder der drei Listen Legacy spielen. Beim Knapp-Spiel mit Zombie Kids Evolution auf Empfehlungsliste auch. Ja, der Mechanismus kommt jetzt wahrscheinlich einfach oder doch noch mal breiter vielleicht an. Ja, wobei dieser Legacy-Mechanismus natürlich auch immer Auslegungssache ist. Ich weiß nicht, werden bei King's Dilemma Karten zerstört oder sowas? Die werden in den Entsorgungsschlitz geschmissen. Genau. Liefern die einen Schredder mit, das ist ja praktisch. Nein, es gibt in dem Tiefziehtal einen Schlitz, wo man die Karten reinstecken darf. Ja, ja, aber die Karten sind ja dann nicht zerrissen, wie bei Pandemie zum Beispiel. Ich kann sie auch vorher zerreißen und da reinstecken. Oder wird da irgendwas gestickert oder sowas? Ja, der Spielplan, da kommt Sticker drauf, da musst du unterschreiben, du musst auf einigen Karten unterschreiben, dass du dafür verantwortlich warst, dass diese Entscheidung getroffen wurde und wenn das später noch irgendwelche Auswirkungen hat, dass du dafür verantwortlich bist. Ah, spannend. Ich bin echt so ein bisschen geil. Bei MyCity, wie verändert sich das? Sticker. Auch Sticker. da beklebt jeder sein eigenes Spielertableau. Okay. Reicht dir das als Legacy? Ja, es ist halt immer schwierig einzugrenzen. MyCity ist halt eher so ein Regel-Legacy, also Geschichte gibt es, also natürlich gibt es irgendwie in jedem Kapitel zwei Sätze, aber wirklich von Geschichte würde ich da nicht reden, es kommen halt einfach neue Regeln hinzu, es kommen neue Elemente hinzu, irgendwann fällt irgendwas wieder weg. Das ist da so der Legacy-Aspekt und du beklebst halt dein Spielertableau dauerhaft. Das meinte ich ja, das ist ja immer so die Frage, was ist Legacy? Ist es das ständige Hinzukommen neuer Regeln? Ist es die sich entwickelnde und festgeschriebene Geschichte, die dadurch entsteht? Das ist ja, so wäre nicht genau definierbar. Genau, das ist halt bei MyCity und bei King's Dilemma genau unterschiedlich. Bei King's Dilemma kommen wenig, neue Regeln hinzu, sondern da geht es wirklich um die Geschichte, die man erlebt oder eben auch nicht, wie Arne vorhin sagt, es sind 70 Umschläge mit Karten dabei, von denen wird man nicht alle sehen, wenn man die ganze Kampagne gespielt hat. Ja, hinten auf der Schachtel, wenn du in die Schachtel mal anguckst, dann siehst du auch so einen Pfad der Geschichte, wo die ganzen Karten irgendwie so ausgelegt oder die ganzen Umschläge so ausgewählt und du arbeitest dich so einen Pfad wahrscheinlich durch die Geschichte durch. Genau. Also es sind sechs Teilgeschichten und die können halt entweder in die eine oder in die andere Richtung sich entwickeln. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt hier mal den Sack zu. Die gingen ja doch länger, wie ich gedacht hätte. Ja. Und tut uns leid, ob wir den Matthias verloren haben zwischendurch. Ja. Hoffen, dass die Leitung nächstes Mal hält. Genau. Nach Berlin. Ja, nächste Woche, ne, Top Ten, ne? Oh, schon wieder? Ja. Ja, kommen jetzt öfter. Wir sind jetzt. Ja, und sollten wir da noch ein Thema finden? Hm. Ja. Ah. Wird wieder irgendwas Abstruses, ich befürchte es. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund. Genau. Und artig. Genau. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.